hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge die infekte so für mich ist die gleiche aufnahme session wir drehen heute gleich mal hier auf es muss hier weitergehen dann machen heute schmelzungen ein wenig zement weil morgen möchte ich mit euch in die wüste gehen und wir kaufen diesen lucky luther war das lucky luther so viele viele nägel overheating wirklich okay ja dann ab in den kasten mit zeug so das war ein kühlschirt das machen wir gleich mal sonntags kühlschutz immer an beim und wir können auch irgendwas reparieren das machen wir gleich was hat denn gelitten ja die hose ja schon langsam kriegt man alles durch die hose die einschienen einschienen meine lieben so ja passt so dann rein 1 2 3 4 5 und sand 1 2 3 4 5 weil dann machen wir heute schmelz tag morgen fahren wir in die wüste so der plan und fahren bei der traderin vorbei und kaufen diesen lucky luther so ist der plan für heute und morgen so und am wochenende plane ich mit euch in die stadt zu gehen beziehungsweise ein wenig zu kämpfen ja schauen wir mal das füllen wir gleich in den uns e tv ein für morgen ja genau für morgen ich wollte eigentlich nicht das ding da fahren naja aber jetzt haben wir gleich umgeparkt ist ja auch ok so na dann hallo mike er ganz nervös wenn wir so wild herumfahren so da haben wir das super ding ist voll dann ist das hier auch toll einmal kopfer ein bisschen alu so alu 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 von dem hier unter rest ist kopfer der rest ist geschichte so super dann haben wir da noch blaues zeug und kopfer blaues zeug hier und kopfer so ich hätte gerne eisen da haben wir viele fragments das machen wir gleich mal das schwein sollte man das auch noch töten wäre vielleicht gut sehr schön dann haben wir ihn hier noch und ihn hier so super fragmen sie ist leer das bringe rüber der schämme gleich mal darauf sehr cool damit könnte mein schwein holen schauen wir mal schauen wir mal dann sehen wir schon wir haben nicht mehr viel wasser so damals sand aber das ist echt nicht mehr viel da gehört nachgefüllt da fehlt eines ein ganzes ein zwei drei vier fünf hier oder es mischt ja noch na gut die paar sekunden warten wir jetzt schön gemeinsam das kriegen wir hin und gemütlich zement raus sand und lehm zement raus sand und lehm bitte schön wunderbar ich glaube ich würde echt gern dass das schwein jagen mit euch das kunst da so wild rum so auf das machen wir gleich mal so cement 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 wir mischen da das neue zeug rein oder drehen die öfen kurz ab nö kann ruhig ich bin ja total gespannt wo das schwein ist wenn wir das jetzt jagen gehen naja wir werden sehen wir werden sehen so fragments fragments wenn ich mir die und sagen wir hier wir bräuchten viel mehr fragment aber schwein also ich höre es ein wenig rechts von uns also jetzt in diese richtung ich hoffe es ist kein höllenschwein das wäre überaus unangenehm so jawohl dann haben wir die kiste die stellen wir mal da davor die hier dann haben wir die nein die kiste die stellen wir mal da drauf na so und jetzt holen wir uns das schwein wir holen das schwein soll es so sein wir holen das schwein wir bringen uns ein schön zu machen aus irgendeinem grund ich will es natürlich nicht verschreien das ist doch ein höhlenschwein vielleicht ist es ein höhlenschwein es ist ein höhlenschwein es ist ein höhlenschwein es ist festgesteckt in der wand es ist gut dass wir es erledigt haben so haben wir den hier ja dass das huhn lebt noch nur nicht ablenken lassen so wir nehmen da alles raus werfen das weg wir haben hier alles raus werfen das und das blize sollte man auch mal sammeln gehen so wir gehen wieder raus und bringen das schwein nach oben da muss das schwein jetzt weg da muss das schwein jetzt weg dieses huhn dieses verdammte huhn vermaledeit so da hätte man gleich mehr schmelz sachen mitnehmen können aber also aus den anderen extraktoren auch aus leeren aber im moment ging es ja noch so und leere kisten haben wir natürlich keine mit naja ach komm ja genau so dann würde ich auch sagen ach wirklich so da haben wir schon ein schwein stehen hm wir stehen das da ab so das ist schlecht hier so wir nehmen da so raus machen den hier kurz mal so wunderbar wunderbar da können wir ja gleich näschel machen 1 2 3 4 5 alle da hier da hier so roaster und rinder wunderbar so eisen für stahl da hätten wir auch noch wo so dann nehmen wir da mal machen wir diese anderen sachen hier beim dafür den da und voll ist er so 1 2 wir befinden den kasten hier sehr schön aber der letzte egal egal da haben wir das hier super so ein paar nägel sind noch über die bringen wir natürlich gleich weg näschel hier was da drin nix ist da drin super dann nehmen wir das gleich mit das nehmen wir mit da her so da stehen wir da dahinter das ist eine gute idee und den sand kisten teil stehen wir da her super so jetzt können wir gleich nochmal schmelzen wenn wir schon da sind 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 so dann haben wir heute nämlich den schmelztag und morgen fahren wir in die wüste ganz gemütliche sachen machen und vor allem diesen lucky looter heißt der lucky loot ähm war das allea ich weiß es nicht genau jemand schrieb ich soll doch dann den truck nehmen für den ausflug ja für den loot ausflug wenn wir das machen aber jetzt noch nicht für den wüsten ausflug nö 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 so was haben wir da schönes hier ist ein bisschen alu drin dann haben wir hier noch blaues zeug super wie sich das auf stück ausgegangen ist oder weil wir hätten eh keinen platz mehr gehabt im blauen kasten so stahl stahl ist glaube ich ganz voll ich glaube stahl ist ganz voll das ist toll so da war stahl drin da war stahl drin da war stahl drin jawohl so haben wir noch das zeug da ist nichts drin also alu ein bisschen jawohl und wir haben noch kopfer jawohl so dann füllen wir gleich mal nach Fragments Fragments oh Fragments ist leer na bitte sehr dann machen wir gleich den hier so und er hier so also meine lieben für die die überlegen na was kommt heute noch abgesehen von der Horde die vielleicht kommt heute ist Schmelztag da kommt nicht mehr dafür fahren wir morgen in die Wüste ja ein kleiner Ausflug das kann ja auch nicht schaden so haben wir die Kiste die können wir da drauf stellen und die Kiste die können wir da runter stellen das passt ja auch gut so super jetzt schauen wir da mal rein oh ja so so dann nehmen wir da noch was mit ja ich könnte es natürlich in diese Kisten da füllen aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht so bam bam super dann holen wir den Rest vom Schützen fest so wie bei der Äpfelfrau einer nach dem anderen dann so der hier und ach das passt doch so der Valer dann haben wir nur noch die zwei aber die lassen wir ja da können wir ein paar raus nehmen aber ja lass laufen lass laufen so die Schmerzungen müssten schon fertig sein nö aber weit aber weit so dann haben wir die hier bam wir haben den hier bam und wir holen noch eine Kiste von draußen die Tiere lassen wir da drinnen haben wir den zweiten auch noch den zweiten Kiste sehr schön da haben wir hier den ganzen Kasten und ein zweiter Kasten ja so was auch interessant fangen wir da drüben an ähm wir müssen gleich den Kobalt äh Dingens ausleeren beziehungsweise ausräumen so da weil wir keinen Lagerplatz mehr für Kobalt haben einfach zu viel Kobalt so hier kein Platz mehr alles voll mit Kobalt alles voll nö dann schauen wir mal gleich in die Batteriekästen in die Batteriekästen in die Dünger da bei den Batterien so brauchen wir hier Kobalt nö brauchen wir hier Kobalt nö super so aber viel anderes Zeug dann machen wir uns Elektrik weil wir brauchen Öl weil wir brauchen dann was hier na boah ach so ab zur Werkbank eins zwei drei äh ganz vergessen wie war das mit der Elektrik so ist das da oder hier oder hier Plastik oh mein Gott Plastik nicht Öl so wir bringen das Öl mal weg hier nein hier knapp dass ich einen Arbeitsschritt mit euch ausgelassen hätte das wäre natürlich katastrophal gewesen so eins zwei drei vier fünf sechs sieben und zehn eins zwei drei wunderbar und schon wieder ein bisschen Elektrik macht so raus damit einmal zweimal wir fangen an mit dem blauen Zeug sehr schön dann haben wir hier sicher ein bisschen Alu neues Kopfer und fertig dann haben wir hier noch und hier noch ein bisschen blaues Zeug wunderbar ein bisschen mit dem Kopfer spielen und das Alu muss hierher oh yeah so super der ist leer da ist ein bisschen was drin aber da würde ich gerne nein das machen wir weil ich mir gerade überlegt habe dass wir noch Stahl machen wir haben zwar oben noch ein bisschen was zu bauen also wenn wir das in der Staffel noch fertig machen er hat gesagt Staffelende nein hat er nicht so also nicht jetzt da oben haben wir noch ein bisschen was zu bauen was mit Galas auch zu tun hat da hat er auch noch viel drin so oben müssen wir dann noch füttern wir die Hühner ins Dweil mal und holen ins Wasser der 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 so wir könnten auch hier mal was gemütliches kochen ein bisschen was haben wir ja da so dass wir da mal so zwei Sachen kochen dann wäre jetzt keine Kohle drinnen gewesen hätte ich gesagt ach komm lass so bam weil sonst würden wir hier wieder das Trockenfleisch rum da essen und ja kann man machen muss man aber nicht so muss reichen wenn wir da einen rein wursteln den Kürbis zerteilen und den Hühnern zum Frase vorwerfen super so zweimal Milch ab in den Milchkühlschrank da sagte ich ja in der gestrigen Folge noch da müssen wir bei shoppen gehen ein Liter Milch so wie lange braucht das halb 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 super so da haben wir wieder was fettiges und da haben wir auch was fettiges so die werfen wir da rein dann nö so dann haben wir hier das Gute Eisen das kommt da rein Blei 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 ich leg's da oben rein ich bin so frei super dann haben wir noch Alu so das können wir da rein tun na so so das hier das hier irgendwo da so Alu super habe ich da jetzt noch was gehabt nö so und Blei viel viel Blei steck's da rein ich bin so frei da kommt das Blei so leer 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 nö nicht leer na dann schön viele Bleimengen wieder das erinnert mich damals an Weihnachten oh das war schön und die Kisten geöffnet haben dann naja ach ja jetzt ist schon fast Frühling also fast ist gut so super dann hier gleich nochmal lustiges Schmelzen 1 2 3 4 da könnte man auch wieder mal nachfüllen so freue mich auch schon morgen auf den Ausflug so da werde ich kurz auf die Uhr nämlich nah schau sind wir sowieso gleich oder relativ bald am Ende der Folge angelangt das ging heute wieder schnell oder? ups da müssen wir natürlich mischen das ging heute wieder schnell und es kam keine Ruhe ich will es ja nicht verschreien so das leer das leer das leer ist leer ist super so dann stellen wir die mal da her das ist wahrscheinlich auch ein Höhlenhuhn oder? ja ziemlich sicher so und wir sind bei jedem Schritt der da gemacht wird den machen wir gemeinsam ich finde das noch immer ganz ganz toll nichts von all dem hier habe ich ohne euch gebaut ihr wart bei allem dabei jedes einzelne Metallstück habt ihr mit mir gemeinsam verschmolzen geschmolzen und so weiter so ich würde sagen wir machen mal diesen hier weil um das weiter auszuräumen brauchen wir die erweiterten Lagermöglichkeiten und Kohle so bam so wir brauchen 80 Bretter oder noch mehr noch viel mehr brauchen wir in Wirklichkeit naja hm so wir nehmen wir mal das hier das Fleisch hoffentlich ist nichts angebrannt so wir essen gleich den hier und dann essen wir gleich den hier haben ein Ausdauer mehr und essen den hier und den hier und freuen uns darüber dass wir nach trinken schön runtergespült mit einem schluckerster Puddel so da habe ich natürlich zu wenig Holz mit vor lauter Schock aber ist halt so so und wieder wärmter wir holen die nächsten Brötchen Läuft Läuft so fast 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 super so wir haben hier Stahlbahn wir haben hier Stahlbahn wir schleppen uns hoch und packen die Stahlbahn in die Regale da ist mal der Anfang dann haben wir noch die hier so ist leer ist leer ist fast leer so ich pack das da mal nur provisorisch so und die zwei kommen da auch nach oben 1,2 dafür nehmen wir die zwei vollen und die kommen nein die kommen hier rein so und so so jetzt haben wir auch den ganzen Stahl ausgeräumt super alles gut dann fehlt hier noch Holz hier noch Holz sehr sehr gut sehr sehr gut sehr sehr gut die 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 so was haben wir da ein Eisen dann blalei jawohl und zwei mal dings 1,2 das ja und zwei kopfer sehr schön jetzt holen wir uns noch brettchen ja schon wieder zum ende der folge hingehen wir naja so dann haben wir da noch ein bisschen was so und jetzt Näschel bam so oben drauf platzierbar Lager wir sind beim Stahl so das ist nämlich nicht egal der kommt da drauf jawohl da war er so jetzt hier drehen aber zuerst den oder von hier aus machen wir zuerst den schrägen und dann schauen wir wie weit wir kommen mit den anderen so jetzt hier ist das gerade auch jedes mal so rüber rutschen geht es sich auch nicht aus hier nö 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 so fällig passt dann haben wir den Stahl hier Kobalt kommt dann noch da hinten aber was wir hier brauchen dann eins zwei Möbelbeleuchtung nehme ich die hier da würde ich keine Fischlichter herstellen sondern tatsächlich so weil das muss hier in der Schmelze Schmiede etwas rustikaler von statten gehen so das muss auch da rein also 15 Eisenbrocken 30 Pflanzenfasern ok so nein Fasern wir nehmen die was brauchen wir noch was brauchen wir noch Eisenbrocken liegen da welche drin nö Sand Fragments nix nix nö nö so da brauchen wir 15 1,2,3 ohne Vorwarnung das ist natürlich gemein das ist extrem gemein gut gut du 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 ich hoffe sie sterben von allein das wäre schön da glaube ich habe ich nur Benzin drin da glaube ich habe ich nur Benzin drin aber was war das so war das zu spät das mit dem Schaf ist irgendwie sorry aber es ist uns einfach vor den Speer gelaufen so da haben wir jetzt überall Tierchen drin das ist gut haben wir da noch einen Freien wir haben gar keinen Freien mehr ok so zuerst mal die hier wunderbar wunderbar den werde ich wahrscheinlich eher direkt da neben die Treppe machen aber das werden wir dann schauen so da haben wir noch das super einmal Alu 20 Fasern was mache ich jetzt mit dem Schaf verdammt was machen wir mit dem Schaf man kann natürlich jetzt sagen hier so weiß nicht da er hier super so nö nicht Wasser nehmen ja hier rein ja wunderbar dann legen wir dieses Schwein auf diesen Tisch bam und holen unser Schaf schnell bevor es weg ist wir hätten noch so viel zu tun meine Lieben dann hier dann schon viel Speck irgendwie, und wieder eine Leber Erinnert mich an die gestrige Folge. Ja, aber diesmal kommt es in den Kühlschrank und go this. So, was stellen wir wieder da her? So, ab in den Kühlschrank mit Zeug. So, wir haben hier Fleisch. Nehme ich mal da eins, zwei. Da würde ich auch sagen, ich packe da jetzt Speck rein. Weil wenn wir den schon mal haben, dann können wir den ruhig aufheben. So, die eine Leber. So. Hm. Fertige, also vorbereitete, brauchen wir dann nur noch grün und so. Eins, zwei und den Speck legen wir da her. Der Überhangskühlschrank. So. Super. So, wegräumen. Und fort damit. Ah, wo ist die Fetten? Da ist die Fetten. Ja. So, Faser Nummer 20. Ich nehme noch das mit. Dann brauchen wir noch ein paar Brätchen. brauchen wir noch ein paar Brätchen. Nö. Im Moment noch nicht. Also wir brauchen wir später natürlich Brätchen. Äh, Fragments wollte ich holen. Eigentlich. So, Fragments. Yeah. Da ist schon schön beleuchtet alles. Aber, wir werden das so machen. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Eher hier. Genau so. Jawohl. Dann hier. Ja. Na. Jawohl. So. Das ist jetzt aber wild. So. Und dann setzen wir Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Beleuchtung. Diesen Fesen. Super in Szene. So. Genau. Da hinten. Und so. Da. Da. Das sind viele Hühner. So wie es aussieht. So. Dann haben wir noch Nein. Das ist das Falsche. Hier. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Yeah. Der hier. Jawohl. Und er hier. Sehr schön. Wird doch. Hä? Wird doch. So meine Lieben. Heute war Schmelztag. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen. Ausflug in die Wüste. Bis dann. Tschüss.